Die Funken sprühen, der Bohrer glüht. Hier spürt man die Innovation und Leidenschaft von Achleitner. Die Firma Achleitner wurde im Jahre 1932 von Franz Achleitner gegründet und hat sich von einer handwerklichen Schmiede zu einem gewerblichen Mittelunternehmen entwickelt. Das Unternehmen Achleitner Fahrzeugbau mit Sitz in Rathfeld in Tirol ist im Familienbesitz nach ISO 9001 2015 zertifiziert und beschäftigt mittlerweile über 450 Mitarbeiter. Die Firma Achleitner Fahrzeugbau fertigt eine breite Produktpalette. Nutzfahrzeuge, Sonderumbauten, Militär- und Polizeifahrzeuge, Fahrzeugaufbauten, Anhänger, Allradfahrzeuge, Katastrophenschutz, Forstwirtschaft, Sonderfahrzeuge, Motorsport, Transport, Logistik, mobile Ü-Wagen. Wir stehen für Innovation im Bereich Sonderfahrzeugbau mit verschiedensten Schutzklassen gepanzerten Fahrzeugen und setzen dabei auf bestens ausgebildete Mitarbeiter. Durch qualitativ hochwertige Produkte, individuelle Lösungen für die verschiedensten Anwendungen sowie Flexibilität in der Durchführung von Aufträgen in den einzelnen Sparten hat sich das Unternehmen einen international angesehenen Namen erarbeitet. Wir haben mit dem HMV Survivor 1 ein Geländefahrzeug mit hohen Sicherheitsansprüchen entwickelt. Uns ist es ein besonderes Bedürfnis, solche individuellen gepanzerten Fahrzeuge für Militär, Polizei oder für Einsatzkräfte im In- und Ausland zu ermöglichen. Im Krisenfall besteht beim Survivor der höchste Überlebensschutz. Wir können die verschiedensten Schutzklassen von Fahrzeugen selber testen und schaffen uns somit ein hohes Know-how in diesem Bereich. Konstruktion und Planung, Sonderfahrzeuge werden in der eigenen Konstruktionsabteilung von Grund auf geplant und realisiert. Alles in 3D konstruiert und visualisiert. Ein wichtiger Schritt in der Realisierung solch spannender Projekte ist die enge Zusammenarbeit und Absprache mit unseren Kunden. Da bei der Produktion immer auf die individuellen Wünsche des Kunden eingegangen wird, ist jedes Sonderfahrzeug ein Unikat. Gemeinsam mit den Kunden entwickeln die Konstrukteure die Ideen, die die Fahrzeugentwickler anschließend kompetent umsetzen. Sie stellen sich der täglichen Herausforderung, um ein optimales Ergebnis zu liefern und sich klar von grosseren Wierstellern zu unterscheiden. Beim Unternehmen Achleitner werden alle Sonderfahrzeuge inklusive Fahrgestell komplett selber gefertigt. Folgende Abteilungen in den Werkstätten sind notwendig. Schlosserei, Elektrik, Schweißerei, Sonderbau, Endmontage, Lackierung und Qualitätssicherung. Jeder Handgriff bewirkt etwas anderes. Unsere Mitarbeiter führen vielfältige Tätigkeiten durch. Beginnend mit dem Blechzuschnitten über das Schweißen einzelner Baugruppen bis hin zur Lackierung und Endmontage des kompletten Fahrzeugs werden alle Projektphasen im eigenen Betrieb abgewickelt. Wenn das Fahrzeug fertiggestellt ist, erfolgt noch unsere interne Qualitätskontrolle. Hier werden alle Funktionen erneut überprüft. Es ist immer wieder ein besonderer und auch spannender Moment, wenn ein Fahrzeug ausgeliefert und das Projekt abgeschlossen werden kann. Die Aufgaben eines Lehrlings werden immer anspruchsvoller. Die Firma Achleitner bietet den Lehrlingen eine praxisnahe Ausbildung mit besten Grundlagen und den neuesten Maschinen für ein hocheffizientes Rundumwissen. Stets an der Seite ist ein Lehrlingsausbildner, der den Lehrling in der gesamten Lehrzeit unterstützen wird. Die Ausbildung von Lehrlingen in unserem Haus ist eine sehr wichtige Aufgabe und ein wichtiger Garant für qualifizierte Facharbeiter für die Zukunft zu kriegen. Im letzten Jahr ist der Lehrling selbstständig für seinen aktuellen Auftrag verantwortlich. Er kann die Pläne lesen, die passenden Bauteile vorbereiten und diese gemeinsam mit qualifizierten Kollegen montieren. Für die Ausbildung braucht man ein Durchhaltevermögen und man sollte sich für den Beruf Vorzeigtechniker allgemein interessieren. Dann macht es automatisch Spaß und man sieht Tag für Tag Fortschritte an seinem Projekt. Bei der Firma Achleitner wird der Strom selbst produziert. Dadurch wird wiederum ein wesentlicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiebilanz geleistet. Gemäß dem Vorsorgeprinzip soll die Verschwendung von wertvollen Ressourcen verhindert werden. Außerdem ist die Firma Achleitner seit einiger Zeit im Besitz des Umweltzertifikats. Wer in Solaranlagen investiert, macht sich unabhängig von seinem Energieversorger. Gleichzeitig investiert man in zukunftsweisende Technologien und steigt den Standort. Um unsere qualitativ hochwertigen Fahrzeuge zu produzieren, brauchen wir bestausgebildete Fachkräfte. Damit wir auch in der Zukunft die volle Leistung für unsere Kunden bringen können, brauchen wir topausgebildete Mitarbeiter, besonders Lehrlinge. Bereits während der Ausbildung leisten unsere Lehrlinge wertvolle Arbeit für den Betrieb und können so ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. Achleitner Fahrzeugbau – maßgeschneiderte Lösungen für Spezialfahrzeuge Untertitelung des ZDF für funk, 2017